Ja oder eh, ist egal, ich kann ihn auch. Meine Flashbang, die hat ne größere Reichweite als deine Stinger. Okay, dann mach ich, ich peek auf und dann kannst du einwerfen, ja? Ja. Yo! Yo! Alter Schwede, scheiße man. Alter was? Was bin ich für ein Tank, Junge? Hat er dir die Tür in die Fresse getreten oder was? Ja. Scheiße, heilige Mutter. Bist du daran gestorben? Ja, der war schon sehr, der war schon sehr low, deswegen. Ich wär so schön eingeschneiden.